Herzlich willkommen in meiner Wenigkeit, der Sky. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir Unreal Engine Marketplace Asset Packs migraten in unser aktuelles Projekt. Wie geht das? Das ist sehr leicht. Zuallererst benötigen wir ein Unreal Engine Asset Pack und dann starten wir auch schon den Unreal Engine bzw. den Epic Games Launcher. Und ich würde gerne jetzt das European Collection Swiss Highway Pack migraten. Davor sollten wir aber ein paar Dinge beachten, das ist klar. Ja, zuallererst sollten wir uns erstmal ein neues Projekt erstellen, also Battle of Decay beispielsweise. Hier steht weiteres, nutzt aber gerade Unreal Engine 5.2. Ideal wäre jetzt ein 5.1 oder ein 5.2 Pack zu erstellen bzw. Projekt zu erstellen und das nennen wir hier zum Beispiel Converting Project oder irgendwie was ähnliches. Bei euch steht dann hier 5.1, 5.2 oder 5.3 oder sowas in der Ecke. Soweit wir das gemacht haben, können wir dieses Projekt öffnen. Das werden wir auch gleich machen. Dafür werde ich mal kurz das Steam Core Web Example Projekt missbrauchen. I'm sorry. Also wir starten das Projekt hier schon mal, gehen jetzt hier in unseren Tresor oder in unsere Vault vom Epic Games Launcher und suchen nach unserem jeweiligen Asset Pack. Bei mir ist das hier. Wir können da auch draufklicken und dann können wir hier direkt auf dem Projekt hinzufügen klicken. Alternativ, wenn wir dann hier mal zurückgehen, kann ich hier auf dem Projekt hinzufügen klicken. Das mache ich jetzt mal und jetzt suche ich nach Steam. Natürlich können wir hier auch direkt Battle of Decay suchen. Das geht auch, weil das ist ja letztendlich kompatibel bzw. ich habe das wirklich wie genannt, Battle of Decay. Wenn euer Projekt hier nicht auftaucht, weil ihr die Source-Version verwendet, dann klickt ihr hier auf alle Projekte anzeigen und dann erscheint das hier auch. Das wird als inkompatibel erkannt, aber dass das hier die Unreal Engine 5.2, glaube ich, ja 5.2 Source ist, ist dieses Pack kompatibel, denn unser Asset Pack hier ist mit der Unreal Engine 5.2, 5.1 und 5.3 kompatibel. Achtet darauf, dass ihr immer nur ein Asset Pack nutzt, was vielleicht niedriger oder dieselbe Unreal Engine Stufe hat, wie euer Projekt von der Version her. Also ihr könnten euer 5.2 Projekt ein 5.1 Pack oder ein 4.27 Pack laden, aber niemals ein 5.3 Pack. Das ist eben deswegen so, weil das Ganze nicht vorwärtskompatibel ist, sondern nur rückwärtskompatibel. In den meisten Fällen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, wir klicken auf dem Projekt hinzufügen. Da ich aber die Ordnerstruktur ändern will, also das heißt, ich will es nicht direkt in mein Hauptprojekt importieren, um Fehler zu vermeiden, tue ich das in mein Zwischenprojekt importieren, wo wir dann das auch umbenennen können oder die Ordnerstruktur ändern. Wir sagen also, dem Projekt hinzufügen und er wird das Ganze jetzt easy peasy erstmal herunterladen und dann dem Projekt hinzufügen. Da bei mir das Pack schon runtergeladen ist, hat er das jetzt innerhalb von einer Sekunde auch hinzugefügt. Als nächstes starten wir jetzt gerade mal hier das Steam Core Web Example oder euer Converting Projekt, also dort, wo ihr das zwischenspeichert. Und sobald das geladen hat, werden wir jetzt hier auf den Content Drawer gehen. Denn hier finden wir jetzt unter Content, nämlich das EUC CH Highway Pack. Beziehungsweise euer Asset Pack, was ihr euch runtergeladen habt. Zuallererst, der Name ist in Ordnung, ich will es nicht umbenennen, aber ich will die Ordnerstruktur ändern. Weil es kann ja durchaus sein, dass ihr in eurem Projekt eine gewisse Ordnerstruktur habt, die ihr beibehalten wollt. Bei mir zum Beispiel würde ich sagen, Rechtsklick, New Folder, um einen neuen Ordner zu kreieren. In meinem Projekt Battle of Decay, bitte orientiert euch nicht an der Ordnerstruktur, die ist schrecklich, weil die noch sehr alt ist, habe ich einen Ordner oder eine Ordnerstruktur, wo meine Asset Packs, die ich runterlade, in den Ordner Normale Assets kommt. Achte darauf, dass alles richtig geschrieben ist und achte darauf, dass ihr keine Umlaute oder sowas verwendet. So, soweit ich das hier erstellt habe, werde ich jetzt EUC CH Highway, also unser Asset Pack, in Normale Assets rein verschieben. Wir sagen also Move Here. Das Ganze wird jetzt ein bisschen dauern, weil die Unreal Engine jetzt wirklich alle Assets in diesem Pack aus diesem Ordner von diesem Schweizer Highway Pack laden würde und unseren Zwischenspeicher erstmal reinlädt, um das dann bearbeiten zu können bzw. Moven oder eher gesagt verschieben zu können. Und hier steht jetzt, ein Item wurde verschoben nach Normale Assets. Jetzt ist es so, dass hier ein Überbleibsel ist, also hier sehen wir dann, dass irgendwie nichts verschoben wurde, aber keine Sorge, wenn wir die Ordner reingehen, seht ihr, dass hier alles leer ist. Unser allererster Schritt ist, dass wir jetzt einen Rechtsklick hier auf Content auf der linken Seite machen und sagen Fix Up Redirectors. Das lädt kurz und bumm. Das beseitigt einfach nur die hinterbliebenen Umleitungen von der Unreal Engine und ist besser, wenn wir das migraten wollen. Wir gehen in Normale Assets rein, machen auf den Ordner bzw. wir werden jetzt erstmal auf den Ordner hier klicken und die Demo Map laden, um zu gucken, ob wirklich alles richtig geladen hat und auch alle Materials noch richtig zugewiesen sind. Und wie wir hier sehen können, ist das der Fall. Alle Materials sind noch da und alles sollte noch wie, naja, hier ist oder zu sehen ist, funktionieren. Wunderbar. Als nächstes werden wir hier in den Content Drawer reingehen. Wir gehen auf Normale Assets, also den Ordner, den wir erstellt haben, klicken auf unser Content Pack und werden jetzt einen Rechtsklick machen und sagen Migrate. Und hier zeigt er uns jetzt an, was wir alles migraten. Hier können wir ganz stupide auf OK klicken und jetzt werden wir folgendes machen. Wir gehen jetzt in den Ordner rein, wo wir beispielsweise unser Spieleprojekt haben. In meinem Fall wäre das hier. BOD Game, Content und hier klicken wir jetzt auf Ordner auswählen. Er lädt jetzt das Ganze rüber in Battle of Decay und jetzt können wir in Battle of Decay laden. Und in Battle of Decay oder eurem Spiel angekommen sehen wir jetzt, dass wir EUC, CR Highway jetzt in meinem Spiel hier haben, beziehungsweise in meinem Projekt. Und wenn wir jetzt hier auf Maps gehen und das Ganze in Battle of Decay oder in eurem Projekt halt entsprechend öffnen, dann werdet ihr feststellen, dass das hier genauso ist. Alle Texturen sind im Idealfall auch so. Notfall müssen wir es eben mal selber zuweisen. Er muss jetzt eben noch einiges preparen, einiges anpassen, aber wir sehen schon, wie wir sehen, sehen wir nichts. Nein, das zum Glück nicht, aber wir sehen ein vollständiges Asset-Pack, was wir jetzt ganz einfach in unserem Spiel nutzen können. Nice, oder? Deswegen nochmal vielen lieben Dank an den User Frank Mehl, der mich darauf hingewiesen hat, dass ich noch gar nicht so ein wunderbares Video gemacht habe. Also haut rein bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn Fragen aufkommen, gerne unten in die Kommentare reinposten. Bei Blueprint-Packs kann es zu Problemen kommen. Da müssen wir im Einzelfall wirklich in die Blueprint-Dateien reingehen und da die Fehler beheben. Also zum Beispiel Verknüpfungsfehler oder sowas. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.